. 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 Oh Gott! Geht wieder? Ich hab's gut. Okay, lass laufen. Okay. Lass laufen. Jo, hallo Tatsukorn, mein lieben Zuschauer. Geil. Oh Gott. Es läuft übrigens immer noch. Also starten wir dann in... Okay. Ich glaub, wenn du nicht anfängst zu lachen, ne? Ah. Starten in... 3, 2, 1. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Community... Falls ich scheiße mitten in der Aufnahme bau, dann schneid's halt raus. Ja, okay, mach ich. Danke, so. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Nobody Let's Plays. Und herzlich willkommen zum neuen Community Event. Das da wäre... Und hier kommt der Haken. Wie heißt das überhaupt? Ja, wir brauchen eure Hilfe, damit wir einen Namen für das Event ficken. Damit wir einen Namen für das Event ficken. Damit wir einen Namen für das Event ficken. Okay. Fabi, sag uns, worum geht es um diesen Event überhaupt? Ich weiß es nicht. Okay, doch. Um Battles, um Races, um Rassisten. Es geht darum, das Prinzip dahinter hat Fabi schon auch vorhin erklärt. Es geht um Races, Battles und vor allem um die Community. Wir wollen mit diesem Event die ganze Community zusammenschweißen. Egal ob gut, schlecht, scheiße, hässlich, schwanger oder Jungfrau. Es ist scheißegal, was für die Wüste da ihr seid. Ihr könnt hier eine Community in der Community, in der Riesen-Community, die scheiße ist, aufbauen. So. Mehr Informationen zu den großen, großen, großen Projekten, das wir am Start haben, werdet ihr später erfahren. Aber das Problem ist, wir brauchen erst einen Namen für das Event. Unten in der Beschreibung von NoScheiß werdet ihr einen Stroopo-Link finden. Mit ein paar Namen für das Event, die von der Organisation, also von uns Organisatoren, wir sind sechs am Stück, glaube ich. Ähm, die wir halt, äh, zusammen gewählt haben. Ohne David. Ja, ihr könnt dann, äh, abstimmen für einen Namen, ihr könnt mehr als einen Namen wählen. Und das Voting geht bis, keine Ahnung, bis, bis irgendwann auf jeden Fall. Also wir würden uns alle drüber freuen, wenn ihr ein bisschen gehypt seid. Wenn ihr, ähm, uns hilft, einen Namen für das Event zu finden. Und wenn ihr mir hilft, damit ich irgendeine in einem Battle töten kann. Das wäre irgendwie nice. Jeder kann mitmachen, jeder, der mitmachen will. Bald wird die Alpha starten. Bald kommen viele Informationen. Ja, es gibt eine Alpha. Ja, das Projekt ist so groß. Wir verstehen uns nicht. Wir sind so cool, dass wir eine Alpha haben können. Jo. Mehr Informationen werden noch nicht geleakt, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ähm, wer mehr Informationen will, kann mein Infovideo oder das von Fabi gucken. Und da ich so scheiße bin, sag ich eher einfach mal, dass Ben uns in die Beschreibung packen wird. Das war's eigentlich von mir, Ben. Was willst du noch sagen? Ich glaub, das ist alles gesagt. Äh, danke fürs Zugucken. Wurde alles gesagt. Geht in die Beschreibung, klickt den Link an. Votet ein, zwei, drei Sachen ungefähr. Wenn ihr alle votet, bringt es uns nichts. Aber votet nicht alles, weil dann seid ihr automatisch... Keine netten Menschen mehr. Ja, genau. Und dann macht ihr das und ihr helft uns und dann wartet ab, bis es mehr Infos gibt. Party hard. Genau.